Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu jQuery. Heute geht es um ein wundervolles Feature, logischerweise braucht man das auch und zwar wollen wir heute auf den Inhalt von verschiedenen Dingen hier zugreifen. Wir hatten uns schon damit beschäftigt, wie wir mit diesen Dollars und so weiter spezielle Elemente bei uns im HTML-Code lesen können. Das heißt zum Beispiel mit diesem P bekomme ich hier jeweils diesen Paragrafen, aber auch diesen Paragrafen und wir hatten schon gesagt, wenn ich jetzt hier Punkt Class statt diesem P nehmen würde, dann würde sich das hier drauf beziehen. Danach sind wir direkt übergegangen und haben gesagt, okay wir wollen irgendwelche Events da drauf haben. Jetzt gehen wir wieder einen Schritt zurück und wollen, also wir wollen jetzt nicht hin und her schieben, Sachen sichtbar machen, unsichtbar machen, sondern wir wollen wirklich den Inhalt manipulieren. Das heißt man kann auch so Sachen machen, wie ich animiere jetzt zum Beispiel was hier drin steht. Das geht natürlich über JavaScript auch. Ihr kennt vielleicht document.getElementById, .blablabla, set, irgendwelches Attribut und so weiter und so fort. Mega umständlich. jQuery macht es euch richtig leicht hier. Es gibt drei Methoden oder Funktionen, die ihr einigermaßen kennen solltet, aber das ist alles absolut kein Thema und zwar gehen wir jetzt einfach her und ja wir lesen hier diesen Paragrafen aus. Wenn man drauf klickt, dann soll irgendwas passieren und zwar möchten wir hier gerne den Text ausgeben, zum Beispiel möchten wir ihn, keine Ahnung, ja wir möchten ihn zum Beispiel einfach ersetzen, also irgendwas anderes reinschreiben in diesen Paragrafen, wenn man drauf klickt. Das braucht man relativ häufig, sagen wir mal, ihr wollt ein Menü erstellen oder nein noch besser, ein praktisches Beispiel, das ihr auch relativ bald bei meiner Webseite sehen könnt. Wenn ihr irgendwo drauf geklickt habt, dann wird da ein zusätzlicher kleiner Haken eingeblendet, dass ihr quasi diese Lektion schon gelesen oder gesehen habt in meinem Fall. Und dazu braucht man natürlich irgendwas, was den Inhalt manipuliert und das heißt, ich möchte jetzt hier einfach sowas hinten dran packen, an diesen Paragrafen hier zum Beispiel. Deswegen wähle ich mir hier, also wenn ich drauf klicke, Punkt Class, äh, nicht Punkt Class, sondern Punkt Test. Wir wollen ja hier einen Test haben und jetzt sage ich ganz einfach, ich möchte, ähm, von diesem Test, also Dollar von This, den Unterschied kennt ihr jetzt mittlerweile hier auch schon, Dollar von This, Punkt, und jetzt habe ich hier schon relativ viele Möglichkeiten, ähm, aber das Einzige, was ich möchte, ist Text. So, und jetzt kann ich hier, ähm, hier drin sagen, was da rein soll in diesem wunderbaren Paragrafen. Jetzt möchte ich natürlich, dass hier wieder dasselbe drin steht, aber zusätzlich soll ein Haken hinten dran kommen oder irgendwas anderes. Und was ich dann mache, ist folgendes, ich gehe hier einfach her und sage Punkt Text, okay, und jetzt muss ich meinen Text, den ich aktuell schon drin habe, wieder reinpacken. Das heißt, ich setze jetzt aktuell gerade den Text einfach wieder auf den Text. Irgendwie bescheuert, aber ich möchte ja natürlich noch was hinten dran setzen. So, und deswegen sage ich ganz einfach Plus und jetzt kommt das, was ich hinten dran setzen möchte, nämlich einen kleinen Haken. Den könnt ihr euch wunderbar von so Seiten wie unicode-table.com einfach STRG-C, STRG-V rein kopieren. Tatsächlich so komisch rein, also zumindest bei diesem Editor funktioniert das wunderbar. Achtet darauf, dass euer Dokument aber in UTF-8 abgespeichert wird. Da gibt es immer eine Speicheroption in jedem Editor normalerweise. Wenn es nicht UTF-8 ist, dann wird das auch nicht funktionieren. Das ist quasi Unicode. Jetzt kann ich hier auch Unicode-Zeichen verwenden und die werden dann intern richtig umgewandelt und richtig auf der Website dargestellt. So, und das heißt, ich setze jetzt erstmal, also mit dieser Funktion kann ich sowohl den Text setzen, als auch lesen. Wenn ich keine Parameter reinpacke, dann liese ich ihn. Wenn ich Parameter reinpacke, dann setze ich ihn. Das heißt, was ich jetzt hier gerade mache, $this.text, das hier liest das, was aktuell drin ist, aus. Also, dies ist ein Paragraph Punkt. Und dann sage ich, plus irgendein Haken wird einfach direkt hinten dran gesetzt. Das ist mein neuer, das lagere ich gerade mal vielleicht aus, dann wird es eindeutiger. Ja, war ein neuer Text, ist gleich. So, und dann sage ich hier unten, hey, ich möchte jetzt meinen neuen Text bitte setzen. Und dann ist das schon der fertige Text und wir können das Ganze laufen lassen. Wir sind jetzt hier gerade mal auf der Webseite, wundert euch nicht über diesen Namen, den habe ich mal wann anders gebraucht. So, und wenn ich jetzt hier draufklicke, dann sehen wir hier hinten dran, erscheint ein wunderbarer Haken. Allerdings kann ich das so oft machen, wie ich möchte und jedes Mal erscheint ein weiterer Haken. Da müsste ich jetzt dann noch überprüfen, hat das Ding denn schon einen Haken hinten dran? Also, wenn dieser neuer Text aufhört mit einem Haken, dann macht das nicht. Ansonsten macht das. Und schon seid ihr quasi fertig. Das ist die Funktion, die ihr benutzen könnt, wenn ihr Text verändern wollt. Und sie ist wirklich enorm praktisch. So, jetzt nehmen wir einfach mal an, ihr habt hier zum Beispiel über Body geredet und ihr wollt in eurem Body zusätzlich irgendwas machen. Und jetzt wollen wir erstmal das Ganze in einem Alert ausgeben. Ich glaube, dann wird es auch eindeutiger. Bei einem Body ist es ein bisschen komplizierter, wenn wir jetzt hier einfach sagen, Alert. Und zwar wollen wir, was wollen wir denn ausgeben? Dollar von This. So, und jetzt wollen wir nicht nur Dollar von This ausgeben. Und wir wollen nicht einfach nur den Text ausgeben, sondern, weil der Body hier HTML Tags enthält, logischerweise. Das ist ja unser Body Tag hier. Ich rück das gerade mal so ein, damit es auch eindeutiger wird. Das gehört alles in den Body Tag hier rein. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwie den Text ausgebe, dann wäre das irgendwie nicht so sinnvoll. Und was ich jetzt mache, ist HTML auszugeben. Also, .html, das wird mir jetzt hier unterkringelt, weil ich keine jQuery-Module installiert habe. Und natürlich keine Semikolon hinten dran habe. Aber was jetzt passiert, ist folgendes. Und zwar, wenn ich jetzt hier diesen Paragraphen oder generell den Body anklicke, dann bekomme ich hier meinen kompletten Body als HTML wieder ausgesetzt. Also, einfach in einem Alert angezeigt, was da drin steht. Egal, wo ich auf den Body draufklicke, nur sollte ich logischerweise innerhalb des Bodies sein. Aber wo genau, ist völlig wurscht. Weil ich ja hier über den Body gegangen bin. Und HTML gibt euch dann wirklich das Ganze als HTML aus. Also, wirklich als P mit Klasse. Sogar die Skripte werden komplett ausgelesen. Das ist sehr sinnvoll, wenn ihr irgendwie mal zum Beispiel ein Add-on schreiben müsst. Oder ihr wollt ein Add-on schreiben, zum Beispiel für Greasemonkey. Und ihr wollt irgendwie Sachen manipulieren innen drin. Da kann man dann natürlich auch wunderbar über dieses HTML zugreifen. So, was wir jetzt hier machen, ist, wir packen uns hier noch ein Div rein. Div. Und wir brauchen nur einen. Also, wir wollen jetzt tatsächlich keine Klasse oder sowas. Das ist uns alles zu aufwendig jetzt gerade mal. Wir wollen hier nur ein bisschen Struktur reinpacken. Und ich möchte das Skript nicht löschen. Das wäre ein bisschen unpraktisch. Weil Skripte gehören ja auch in unserem Fall gerade zum Body dazu. Und wenn ich den Body überschreibe, naja, dann ist halt das Skript auch weg. Weil das im Body drin steht. So, und jetzt möchte ich dieses Ding hier ändern. Also, ich möchte es nicht mehr ausgeben. Sondern ich möchte den HTML-Code innerhalb meines Divs verändern. Okay. Das heißt, ich sage hier, wenn ich auf mein Div draufklicke, dann soll dieses Div, dann soll der Inhalt dieses Divs verändert werden. Und zwar zum Beispiel möchte ich dann nur noch drin haben, P, Ende von P, keine Ahnung, irgendein Paragrafen mit, wir nehmen hier die einfachen Anführungen. Ne, wir nehmen überhaupt kein Anführungszeichen. Ähm, neuer Inhalt. Sowas in die Richtung. Keine Ahnung. Ich bin gerade mega nicht einfallsreich. Aber egal. Wenn wir hier draufklicken, sehen wir hier plötzlich, oh, alles verschwindet und es erscheint ein neuer Inhalt. Was natürlich extrem praktisch ist. Zum Beispiel, wenn ihr irgendwas blockieren wollt. Zum Beispiel Werbung oder sowas. Dann könnt ihr hier einfach irgendwelche Werbedinger oder bei Document-Ready-Function einfach diese Werbung rauslöschen. Zum Beispiel. Nur so ein Beispiel, wie man das sehr sinnvoll benutzen kann. Das dritte von dieser Sorte ist die Funktion Val. Wir gucken es uns einfach mal wieder an, was passiert, wenn wir dieses Div als Value ausgeben. Beziehungsweise nicht das Div, sondern was anderes. Wir schauen es uns gleich mal an. Hier einfach Val eingeben. Also das sind wirklich drei sehr kurze Funktionen. Na, was ist denn jetzt gerade los? Hier einfach Val benutzen. Und das ist, ja, hier steht Value of. Es ist im Prinzip der Value, der ausgegeben wird. So, jetzt gucken wir uns mal an, was bei dem Div rauskommt von einem Value. Und zwar, wenn wir auf den Div draufklicken. Wir laden einfach mal neu und es passiert gar nichts, weil ich hier den Div genommen habe. Also es macht irgendwie keinen Sinn, das auf einem Div auszuführen. Wann sollte man es denn dann ausführen? Fragt ihr wahrscheinlich jetzt gerade. Und zwar, wenn ich jetzt hier auf den Input gehe. So, also wenn ich auf den Input draufklicke, dann wird mit der Value davon ausgegeben. Und das schauen wir uns mal kurz an. Das ist jetzt nämlich ein bisschen sinnvoller. Jetzt gerade ist hier noch überhaupt kein Value. Achso, ich habe ja überhaupt keine Leute drum herum gebaut. Kein Wunder, dass nichts ausgegeben wurde. Ich habe mich schon gefragt, was da gerade passiert ist. Okay, aber egal. Der sinnvolle Part ist hier bei der Input-Box. Wir sehen, da war gerade nichts drin. Obwohl hier dieses Vornamen drin steht. Achtet darauf, das Vornamen ist bloß der Placeholder. Und jetzt gebe ich mal einen Vornamen ein. Zum Beispiel Hans. So, jetzt markiere ich irgendwas anderes und klicke hier drauf. Dann steht hier plötzlich nur noch der Hans drin. Und das macht Value. Value gibt euch sozusagen aus, was in einem Input drin steht. Man kann es auch mal probieren auf einem Diff. Jetzt auch tatsächlich was ausgegeben wird. Können wir uns das mal angucken. Und wir sehen, da ist einfach überhaupt nichts, was da drin steht in diesem Diff. Das ist irgendwie relativ unspannend. Value benutzt man eigentlich, wenn man hier irgendwas mit Inputs macht. Weil man dann den Input oder das, was in dem Input drin steht, gut auslesen kann. So, das sind die drei Varianten. Achso, ihr könnt natürlich hier auch diese Val-Funktion wieder so benutzen wie die andere. Also Dollar von This. Und zwar wollen wir jetzt Punkt Val. Und wir wollen jetzt hier was reinsetzen. Zum Beispiel mein Vorname. Also zum Beispiel, wenn ihr irgendwie Autovervollständigung oder sowas bei euren Webseiten benutzt. Und dann hier ein Input mit dem Namen oder dem, ja genau, dem Namen Vorname findet. Dann könnte ich hier automatisch irgendwelche gespeicherten Sachen reinpacken. Zum Beispiel eben der Vorname. Das ist das, was Autovervollständigung im Prinzip macht. Und was wir jetzt hier kriegen ist folgendes. Ich klicke hier, nein, ich klicke nicht rein. Ich habe es natürlich immer noch auf dem Diff stehen. Wie gesagt, man benutzt Val by Inputs. Wenn ich jetzt hier reinklicke, dann steht hier automatisch ergänzt mein Vorname. Kann man natürlich auch direkt bei document.readyfunction ausführen lassen. Das ist dann eure Sache, wann ihr das macht. Das macht sozusagen eine Autovervollständigung. Sobald das Dokument geladen hat, kann euch das Leben wirklich sehr leicht machen. Wunderbar. Das war es von meiner Seite schon wieder. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.